Los geht's! Heute, es ist als Minecraft R deklariert, das Ganze bei mir zumindest, und es wird aber eigentlich nur ein kleines Informationsvideo sein, mit dem DJ Another Ward, und zwar müssen er euch verkünden, dass er aufhört. Er hat auf, ja. Es ist traurig, aber er hat auf. Nein! Also er? Er. A-I-R. Das Projekt? Ja. Oh Mann! Wenn es so leckt, kann man das nicht spielen. Wir werden nicht mehr weiter spielen. Leider. Oh Mann, Alter, ich war so weit gerade. Ja, der vorletztes Sprung ist unmöglich. Alter! Und wir sollen jetzt natürlich nach alternativen Anprojekten. Wir können natürlich, es muss nicht immer Minecraft sein, wir können auch andere Spieler spielen. Ich habe ja, ich weiß nicht, gestern, wenn dieses Video kommt, habe ich Slender hochgeladen. Du warst Slender hochgeladen? Ja. Oh, muss ich mir mal angucken. Also noch nicht, aber muss ich noch machen. Alter. Oh Mann, Alter, ich bin so schlecht. Wieso? Ich bin... Wie weit bist du auch da hinten? Du bist da schon mal hingekommen? Da bin ich auch schon mal hingekommen, aber... Aber du bist schon öfter gestorben als ich. Ja, toll. Oh Gott, der ist so schlecht. Jetzt sind wir noch gleich viel. Jetzt kommt der unmöglich Sprung. Den habe ich noch nie geschafft. Noch nie. Ich bin generell noch nie bei Superjump zum Ende gekommen. Oh ja, toll. Gleich mal reingefallen. Sehr schön. So macht man das toll. Man hört meine Tastatur, die ich gerade bis zum Geht nicht mehr durch den Schreibtisch drücke. So. Nein, Alter, konzentriere ich. Ich habe mal eine andere Map gespielt. Die habe ich einfach 10 Minuten gespielt, bis einfach keiner es geschafft hat. Nein! Oh Mann, dein Wasser hat da verkackt. So, wir spielen hier Superjump, nur für die, die es interessiert. Ja, auch Multicube. Multicube.net, die IP. IP, so eine Beschreibung zumindest, war ja. Okay, du bist 10 mal gestorben und ich neunmal. Ein elfmal. Ein elfmal. Elfmal? Ja. Nein, was war das denn? Nein! So, es ist 10. Es ist alle noch so. Nein! 12 zu 11? Es bleibt weiter entspannt. Ich habe mir auch überlegt, wir könnten immer so ein Battle machen. Jeden Monat eine, ähm, mal ein Battle von uns hier, mal ein Battle von uns da, weißt du? Mhm. Also auch sowas hier vielleicht. Oh Gott. Also das ist vielleicht als Projekt-Alternative und ihr könnt euch definitiv mir in die Kommentare schreiben, auch wenn ihr Projekte wisst von irgendwelchen YouTubern dann, ne? Demme. Immer her damit. Ach shit. Und warum läuft die Zeit mal weiter hoch? Ja, wie lange wir es schon versuchen? Oh Gott. Okay. Nein. 14, 14. 14, 15. Nein, 15, 14. Oh man, ich hasse es, wenn der erste Sprung bei mir leckt, ey, dafür kann ich sowieso nicht mehr. Der erste? Ja, der erste. Also ja. Der erste. Wenn sich manche Fragen, wieso er aufhört, wir haben nicht das Urheberrecht dieses Projekts, wir sind einfach nur diesem Projekt beigedreht, bevor es angefangen hat, also während es angefangen hat. Wir haben nicht das Recht, äh, eher weiterzuführen oder eben den Server zu hosten. Den Server hostet wir ein bisschen, der hatte da keinen Bock mehr drauf. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, wer das war. Damit der jetzt nicht gehatet wird. Da muss ich noch mal zuschauen. Wieso, ja, ich hab, ich kann immerhin noch ihr sagen zu meinen Zuschauern, denn ich hab zwei Abonnenten, ja, also, dein mal leise. Okay, du führst wieder, was es angeht, mit dem... Oh man, du stehst da hinten und chillst und ich, man... Hä, was heißt, ich stehe hinten und chille? Nein, du, du schwingst. Okay, jetzt, jetzt bin ich häufiger gestorben. Ja gut, mit dem Wasser heraus. Einer muss es einmal schaffen, ne? Ja. Oh nein, jetzt kommt wieder dieser unmögliche Sprung, Alter. Gestern hab ich auch mal zum Deutschen gespielt. Ähm, der hat die ganze Zeit gesagt, ja, der letzte, der vorletzte Sprung ist unmöglich, schafft man nicht. Wir haben es einfach 20 Minuten... Skype oder mit Chat? Mit Chat, wir haben es einfach 20 Minuten versucht und es hat keiner geschafft. Und dann ist er einfach gelieft und ich hab gewonnen. Nein, oh Gott, nein. Nein, wieso... Oh Gott, nein, nein. Ich bin draufgesprungen und wieder runtergesprungen, Mann. Tja, jetzt bist du öfter runtergefallen. Ja. Okay, wieder runter. Und wieder runter. Jetzt sind wir gleich auf. So, oh Gott. Oh, andere haben diese Map schon seit Stunden durchgespielt und wieher. Ja, das hab ich mit einem gespielt, das war ein richtiger Cheater. Der ist einfach rübergeflogen. Kein Plan, wie der das gemacht hat. Kein Plan, wie der das gemacht hat. Aber auf jeden Fall fliegt einfach mal über alle Blöcke rüber und sofort ins Ziel. Ich dachte, ja, pitty. Ja, nee, nicht cool, Alter. Oh, Mann. Man kann es wenigstens ein paar Mal versuchen. Und wenn man es dann immer noch nicht geschafft hat, kann man ruhig mal einen Cheaten dabei. Oder sich irgendwie wenigstens daran baggen. Oh, ich hab diesen einen... Ich bin generell, das gibt ja ganz viel den Maps bei diesem Super Jump, ich bin nur nicht einmal ins Ziel gekommen. Aber was ich gut finde bei diesem Spielmodi, man sieht immer, wie lange man es schon aufnimmt. Oh ja, das ist natürlich cool. Da muss ich dir recht geben. So, wenn hier der Füllstand durch ist, dann machen wir eine nächste Folge Super Jump, denn das ist jetzt das neue R. Oh, Gott. Ja, jetzt führe ich eindeutig in Runterfallen. Vielleicht hab ich die 30 geknackt. Also wir bauen jetzt keine Türme mehr, wir bauen keine Türme mehr. Wir machen jetzt nur noch Sprünge. Das ist das neue Projekt. Und wir schaffen es eh nicht. Oh, Gott. Jawohl, ich weiß nicht. Oh, Gott. So, oh. Du, alles, bist du schon mal bis zum Vorletzten gekommen? Nein! Ja, Mann. Oh, Gott. Da bist du. Oh, Gott. Oh, Mann, vor mir. Ich war drauf, wenn er wieder runtergesprungen hat. Das war so ärgerlich. Hm. Jetzt kann ich das. Ich hab' nicht geguckt. Ich, äh, kurzer Stunde. Ich hab' mir auch noch ein paar Jahre aufnehmen. Ich hab' mir auch noch ein paar Jahre aufgenommen. Wo bist du? Oh, nein. Oh, nein, nicht. Oh, komm, jetzt kommt der... Nein, der Vorfall ist so gekackt. Oh, nur noch ein Tod mehr. Ah, gleichstand. Oh, Gott, wie das soll ich... Loops. Nein. Und ich gehe in Führung. wo du jetzt bist. Ja. Du bist ja... Du bist ja... ... was das Sterben angeht. Ja. Du bist ja... schnappig. Schnapps-Zeit muss nur von vorne anfangen. Nein. Ausgleich und doch nicht. Okay, wir sind bei 10 Minuten noch mal offen. Was zu probieren. Okay, wer jetzt bei 10 Minuten am weitesten ist, hat gewonnen, ja? Ach, fuck. Ja, okay. Schnell, schnell. Oh nein, ich bin wieder runtergefallen. Fuck, wo bist du? Oh oh. Na? Scheiße, kommst du weiter. Nein. 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 Bist du runter? Bist du runter? Jawohl. Ich mach jetzt höchstes Risiko. Oh Gott, Alter. Höchstes Risiko. Gleich viele Tode? Oh, du wartest da? Bist auch fies. Ey. Übersprung den Blöck. Ja, ja, es ist vorbei. Du hast mehr Tode. Mann, Alter. Du hast mehr Tode. Und okay, okay, jetzt mach ich noch versuchen. Jetzt versuchen noch, bist du okay. Das war's. Gut, es ist vorbei. Ich hatte weniger Tode. Es ist vorbei. Ich hatte weniger Tode als du. Und hab deswegen auch gewonnen, weil ich auch weitergekommen bin als du am Ende. Und deswegen... Ja, aber du bist allgemein viel besser kannst als dich, ne? Ja, eben. Mann. Nein, ich hab's aber gestern wirklich ganz schön angeblüht. Naja, bis zum nächsten Mal und ciao. Scheichert der Modus. Ciao. Och.